Durch die enge Mitwirkung von Wissenschaft, Wirtschaft und seitens von Bedarfsträgern können wir die perfekten Rahmenbedingungen schaffen, um Innovationen im Drohnen-Business voranzutreiben. Air Labs Austria soll als One-Stop-Shop fungieren, um Technologien, forschungsbesogene Kompetenzen und Infrastrukturen entlang aller THL-Levels anbieten zu können, um so auch den Partnern zu ermöglichen, an einem lasch wachsenden internationalen Drohnenmarkt sich zu beteiligen. By offering and supporting a tight cooperation between scientific and economic partners, we really want to push forward innovation within the application of drones. In Air Labs Austria, we really want to push forward innovation in the drone business. Air Labs Austria can be considered as a One-Stop-Shop, offering research-driven competences, high-tech, and infrastructure as well, at different THL-Levels.